Moses, wenn du da bist, ein paar längere Durchgänge hätte ich gemacht, aber ich glaube, das ist von deiner Seite zu wenig. Ich weiß nicht einmal, ob du mich überhaupt gehört hast. Bevor ich da in Herkules einen Rapport gebe, Moses, Mike, zu dir? Ja, angeschoben hat, aber Moderation-mäßig kennt nichts durch. Ja, ich will von meiner Seite das selbe sein. Aha, also auf meiner Seite ist es so, dass bei dir, wo es angeschlagen hat, auf deiner Seite nicht einmal das Rauschen hat sich verändert. Ja, du, wenn es zwei ist, nein? Das ist ein zweites, ja. Und ich glaube, ich weiß sehr nicht, wie... Vielleicht bist du zu meiner Seite angeschrieben, das kann ja sein, ich weiß nicht. Aber ist ja wurscht, probiert haben wir es. Das ist halt nicht gegangen, wurscht. So, Mike jetzt zu Herkules, hat er seinen Standort, Fixstandort schon erreicht. Kommen? Na ja, ich bin jetzt da, ich bin da bei der Opfer Böchel und von Wegfahrer, da wollte ich eigentlich gar nicht, da wollte ich eigentlich auffahren. Jetzt fahre ich nicht so, fahre ich wieder zurück. Aber jetzt müssen Sie mich schon besser hören, oder? Ja, was dann ungefähr fast einen Konstanten ist, vor dem Radio 5, das kann man schon nehmen. Ja, wieder aber auf meiner Seite auch so sehen. Ja, korrekt, Grünar, es schaut mittlerweile schon gut hin. Der Austritt in einer Hinbetrieb momentan? Nicht nur momentan, in Autor habe ich die besonders. Da habe ich immer die Magnum S9. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da.